Im Kampf gegen eine neue Infektionswelle haben die chinesischen Behörden einen Corona-Lockdown für zehntausende Menschen im Norden der Volksrepublik angeordnet. Rund 35.000 Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises Eyin in der Region Innere Mongolei dürfen seit Montag ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Auch in der Hauptstadt Peking wurden gut 100 Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele neue Corona-Beschränkungen verhängt. Die Bewohner Pekings wurden aufgefordert, die Stadt nur noch in dringenden Fällen zu verlassen und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Der für kommenden Sonntag geplante Marathon in Peking wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Mehrere Wohnkomplexe werden abgeriegelt. Laut chinesischen Medienberichten müssen rund 23.000 Bewohner und Bewohnerinnen einer Wohnanlage im Stadtbeziehung Changping in ihren Wohnungen bleiben, nachdem dort neuen Infektionsfälle entdeckt worden sind. Die chinesischen Behörden meldeten am Montag 39 neue Corona-Fälle. Damit wurden seit der vergangenen Woche landesweit mehr als 100 Neuinfektionen registriert. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern zwar sehr wenig, die chinesische Regierung verfolgt aber seit Beginn der Pandemie eine strikte Null-Covid-Strategie. Die Behörden reagierten mit Massentests und gezielten Lockdowns auf neue Infektionsfälle. Vor den Olympischen Winterspielen, die am 4. Februar beginnen, soll ein größerer Corona-Ausbruch im Land unbedingt verhindert werden. Ach, nehmommage. Ach, nehmommage. �